Suchtfaktor! Absolut! Diese Mini-Eissandwiches mit Lotus-Keksen sind so simpel gemacht. Der perfekte Sommersnack für eine kleine Abkühlung für zwischendurch. Ich zeige dir, wie es geht. Wir starten hier mit dem Rühraufsatz. Den geben wir in den Mixtopf. Dann kommt Quark, etwas Sahne und gezuckerte Kondensmilch dazu. Und das war es schon an den Zutaten für die Quarkcreme. Das wird jetzt noch einmal gut miteinander vermischt und dann in einen Spritzbeutel oder Spritzgefäß umgefüllt. Die Lotus-Kekse einmal verkehrt herum auf ein Backpapier legen. Ich habe noch ein Brettchen unten drunter gelegt. Und gleichmäßig mit der Quarkcreme bespritzen. Im Anschluss geben wir jeweils einen Lotus-Keks als Deckel oben drüber. Ich habe es noch leicht angedrückt, nicht zu dolle drücken. Dann kommen die Lotus-Kekse für drei Stunden in den Gefrierschrank. Und ihr habt das perfekte Eis für zwischendurch. Lasst es euch schmecken und viel Spaß beim Nachmachen.